So Freunde, von mir gibt es ein neues Video und diesmal schauen wir uns an, wie wir eine eigene geklonte Stimme nun so benutzen können, dass wir halt auch Text-to-Speech damit machen können. Wir bauen also so ein bisschen auf dem vorhergegangenen Video auf, ich zeige es aber trotzdem gleich nochmal ganz kurz so am Rande, wie das auch funktioniert mit der Stimme-Klonen. Trotzdem gucken wir uns jetzt erstmal an, am Ende des Tages bekommen wir hier so etwas raus, ich habe das hier schon mal auf, also so sieht dieses XTTS-RVC-UI aus. Und im Endeffekt wird hier nichts anderes gemacht, außer die, ja quasi halt eine TTS-Stimme erzeugt, also Text-to-Speech und dann wird die halt mit der Stimme, die wir vorher trainiert haben, wird die dann quasi einmal hier ersetzt und das Ergebnis hört sich dann so an. Ja und so hört sich dann das Ergebnis dahinter an, also ich habe mir jetzt einfach hier mal so einen kleinen Text generieren lassen, also hier oben wäre dann die Originalstimme, also nicht die Originalstimme, diese Text-to-Speech und die wird dann ersetzt durch meine Stimme, die wir vorher trainiert haben. Und zum Trainieren brauchen wir diese Retrieval-Based-Voice-Conversion. Und das ist diese andere UI, von der ich gerade gesprochen habe, also diese brauchen wir zuerst, damit wir eine Stimme erzeugen können. Da müssen wir quasi im Endeffekt hier nur auf dieses GitHub-Repository drauf, hier einmal auf der rechten Seite auf Releases und können dann hier für, in meinem Fall, also jetzt für NVIDIA-GPU, können wir das jetzt hier runterladen. Das ist halt eine 7-Zip-Datei, die einmal entpacken, dann müssen wir im Endeffekt in dem Verzeichnis davon später nur auf die Go-Web-Bad gehen und können das Ganze öffnen. Ich kann das hier mal eben zeigen, ich habe das noch auf meinem Windows-Rechner geöffnet hier. Da habe ich mir tatsächlich nämlich auch nochmal das Ganze reingeballert und dann haben wir hier im Endeffekt, sehen wir das hier auf dem Laptop, dann wenn das Ganze entpackt ist, sieht das so aus. Und wir haben dann hier einfach die Möglichkeit, diese Go-Web-Datei aufzurufen, die startet dann im Endeffekt schon alles von ganz alleine. Mehr braucht ihr da im Endeffekt nicht beachten und dann geht der ganze Krams los. Das sieht dann hinterher so aus. Und hier müssen wir dann einmal in den Reiter Training rein. Ihr seht also hier, ich habe gerade nochmal ein zweites Training gestartet. Wir geben also einmal einen Experimentnamen ein, Kiki Medium Speech habe ich das in dem Fall genannt. Medium, weil halt in diesem Audio-Folder hier liegen jetzt mehrere Dateien drin, die quasi mit denen trainiert wird. Und in diesem Fall sind das jetzt tatsächlich... Ah ne, das ist nicht... Ah, das ist Large, genau. Ich habe jetzt mit Medium, habe ich dann hier dieses kleinere Datenset genommen. Da ist jetzt im Endeffekt nur ein einziger Text drin. Kiki 2 V1, da ist jetzt also nur eine Datei drin. Die ist aber trotzdem schon, ich weiß jetzt nicht genau wie lang, aber 24 Minuten. Also da haben wir 24 Minuten Speech drin. Damit sollte das insgesamt ein bisschen schneller gehen. Ich habe noch eine größere gemacht. Das ist die, die wir gleich hier hören werden. Die basiert auf dem Datenset von all den Daten, die hier drin sind. Und diese ist dann jetzt hier quasi unsere erstellte Stimme. Das dauert jetzt ein bisschen hier. Wir sehen also hier, so sieht das Ganze aus. Aktuell 1 Minute 33 braucht er wohl pro Epoche. Oder ungefähr, ja. So, und wir sind jetzt bei 37 Epochen. Und ich habe insgesamt jetzt hier... Oh, ich habe aber, ich sehe gerade, ich habe es falsch eingestellt. 40, dann müsste ich 48 machen. Muss ich also nochmal neu machen. Dann hier den besten Algorithmus, RMVPE GPU. Wenn ihr jetzt hier mehr GPUs drin habt, das habe ich in meinem anderen Video zu diesem Thema auch schon gesagt. Also, ich habe eigentlich mehrere GPUs, weil ich auch eine externe mit dran habe. Und also hätte ich hier eintragen können 0 und minus 1. Und hier dann zum Beispiel 0, minus 1, 0, minus 1. Und dann kann ich das hier unten auch noch einstellen. Aber zumindest bei mir auf beiden Windows-Rechnern, wenn ich mit zwei Grafikkarten gearbeitet habe, hat das leider nicht funktioniert. Also ich musste mich dann immer für einen entscheiden. Also ihr seht, hier sind eigentlich zwei drinne in diesem Rechner. Ich musste mich aber dann für die RTX 3090 dann entscheiden. Und andersrum tatsächlich dooferweise genauso. Und ja, und wenn man halt hier diese... Ja, so einen relativ großen, langen Datensatz trainiert, dann dauert das halt auch ein bisschen länger. Also da steht irgendwo auf der Seite insgesamt 10 Minuten. Nur das aber stimmt jetzt hierbei nicht, wenn man so einen langen Datensatz trainiert. Aber wie gesagt, ich musste auch nochmal so ein bisschen rumprobieren, wie lang die sein müssen. Wie viel man da reinpacken muss, was man eventuell noch verbessern kann. Ich denke mal, ich werde auch nachher oder heute Abend oder wann auch immer eventuell nochmal hier eine einstellen mit 100 Trainings-Epochen. Und lasse das auch nochmal durchlaufen, was dann da im Endeffekt draus wird. Das brauchen wir aber tatsächlich nur, um unsere Stimme zu trainieren. Und wenn wir halt so andere Spielereien machen wollen, also hier Audio to Audio. Das ist jetzt aber nicht das, was uns interessiert. Wir wollen als nächstes quasi jetzt das Wichtige nämlich machen, Text-to-Speech. Und dafür brauchen wir diese Vali XTTS RVC UI. Den Link dazu schicke ich euch auch mit rein. Wir müssen das Ganze einmal installieren. Das ist jetzt nicht wieder ganz so trivial. Also wir müssen erstmal in einen Ordner switchen bei uns über das Terminal oder über die Eingabeaufforderung. Eingabeaufforderung gehen dann dahin und sagen dort dann einmal git clone und diese URL vorausgesetzt. Aber natürlich habt ihr entweder auf eurem Mac oder auf eurem Windows git installiert. Ich denke aber, für alle, also wenn ihr das nicht installiert habt, dann kommt da sonst, also dann werdet ihr wahrscheinlich auch sonst hier nicht großartig weiterkommen. Dann ist das Video möglicherweise nichts für euch. Also so ein ganz kleines bisschen zumindest Wissen, wie ihr die Eingabeaufforderung benutzt, sollte eventuell schon vorhanden sein. Ansonsten Alternative dazu, kopiert euch hier einfach den Text und ballert den rein bei ChatGPT und lasst euch erklären, was ihr machen müsst. Also das wird da dann auch relativ einfach dargestellt. Sagt dann einfach, dass ihr das hier erklärt haben wollt, einmal für Windows, einmal für Mac, je nachdem auf welchem Gerät ihr unterwegs seid. Weil dann können wir uns das hier an dieser Stelle sparen. Das wird den Rahmen nämlich einfach wieder sprengen und das Video nur ewige Stunden lang machen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ihr müsst also git installiert haben. Geht dann in die Eingabeaufforderung oder in die git bash, wie auch immer. Ruft also hier auf git clone und diese URL. Dann sollten wir ein neues virtuelle Environment erstellen. Das steht jetzt hier so eher nebensächlich. Das ist aber tatsächlich nicht ganz unwichtig und das würde ich euch auf jeden Fall auch raten. So, und auch da kann ich euch eigentlich nur sagen, letzten Endes hilft da eigentlich tatsächlich auch wieder immer, wenn man das nicht weiß. Ich müsste jetzt zum Beispiel auch erstmal wieder eben schnell gucken, wie man ein virtuelles Environment erstellt. Also, ich tue mich damit auch im Moment noch teilweise manchmal so ein kleines bisschen share. Also, zack, ChatGPT auf. Mal eben kurz fragen. Eigentlich das, was uns interessiert, ist hier dieses. Das Python-M. Dann hier VEnf für das Erstellen eines virtuellen Environments. Und hier mein VEnf ist dann der Name, wie ihr das nennen möchtet. Und in meinem Fall habe ich das RVC-VEnf genannt. Also, ich mache wirklich für jeden kleinen Scheiß da so ein virtuelles Environment oder eine Condor-Umgebung, wie auch immer. Und genauso könnt ihr das letzten Endes hier auch handeln. Stellt einfach eine entsprechende Frage. Guck mal, ich habe die sogar relativ easy gestellt. Mit mir stelle ich ein VEnf auf Windows. Und genauso könnt ihr das dann halt auch machen und das einfach eben reinkopieren und sagen, erklär mir diese Anleitung mal eben Schritt für Schritt und so, dass ich sie auch verstehe. Ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich und wird definitiv funktionieren. Ja, wenn wir das virtuelle Environment gewechselt haben, dann müssen wir das Ganze auch noch aufrufen. Und das können wir dann eben auch hier an dieser Stelle nochmal fragen. Wie rufe ich das? Oder nee. Wie? Das sind nämlich auf Windows und Mac unterschiedlich. Also hier ist es glaube ich mit Source. Ja, oder so quasi. Das heißt, ihr müsst dann entweder so direkt halt diesen Ordner aufrufen, in dem das Ganze drinsteckt, dass mit einmal euer virtuelles Environment quasi aufgerufen wird. Und wenn ihr das gemacht habt, dann seht ihr das hier vorne quasi, wenn ihr das gestartet habt. Das in diesem Fall hier VINV entsteht. Ich gucke mal eben eventuell, ob wir das hier in dem Laptop nochmal nachvollziehen können. Ach nee, da läuft im Moment nur der Trainer. Nee, dann läuft es auf dem anderen. Einen Moment. Dann gehen wir mal an diesen Rechner. Genau, hier können wir mal eben in die GitBash reinschauen. Und dann können wir uns angucken, was ich hier dann da letzten Endes eingegeben habe. Das heißt, wir geben hier dann einmal, nachdem ich das Ganze erstellt habe, sind wir jetzt an dem Punkt. Also hier am Windows mache ich es mit der GitBash und rufe dann auf Source VINVRC Scripts Activate. Wir befinden uns schon in dem Ordner, wo ich dann dieses virtuelle Environment erstellt habe. Und das Ganze sieht dann so aus. Man sieht das hier. Das ist dieses VINVRC und da packt er dann die ganzen Python Packages mit rein. Aber ich will jetzt auch nicht ganz zu tief mit reingehen. Ja, letzten Endes müssen wir uns dann einfach in diesem Ordner befinden und führen jetzt hier zum Beispiel mit der GitBash oder mit der Eingabeaufforderung, was auch immer ihr da jetzt benutzen wollt, dann als nächstes diesen Befehl aus, nämlich pip install minus r requirements txt. Das sind dann die ganzen Sachen, die benötigt werden, damit der Zirkus dann auch wirklich hinterher bei euch am Ende des Tages läuft. Und ihr seht, die requirements txt liegt hier in dem Root mit drin. Und der installiert dann die ganzen Pakete, die alle benötigt werden, damit das Ganze läuft. Das müsst ihr halt einmal noch machen. Und dann haben wir zu guter Letzt noch diese Sache. Wenn ihr eine CUDA-Device habt, nämlich zum Beispiel eine RTX-Grafikkarte, irgendeine von den GeForce-Grafikkarten, dann solltet ihr euch hier PyTorch mit dem CUDA-Krams runterladen und installieren, wenn ihr euch in eurem Environment befindet. Denn dann läuft das Ganze deutlich schneller und ihr habt dann einfach mehr Power. Das Ganze macht auf jeden Fall Sinn. Denn ich weiß gerade tatsächlich auch gar nicht, wie es halt für die Intel-Sachen aussieht. Da habe ich es nicht probiert. Also ich habe es jetzt wirklich immer nur auf Windows-Rechner mit RTX-Grafikkarte probiert. Aber ich denke, die meisten von euch werden dahingehend unterwegs sein. Ja, und am Ende des Tages, wenn das Ganze dann runtergeladen ist, dann brauchen wir eigentlich nichts weiter tun, außer hier in diesem Verzeichnis dann später eigentlich die Startpad aufrufen. Das hat bei mir aber aus welchen Gründen auch immer nicht funktioniert. Also das hat irgendwie nicht geklappt. Der hat manchmal da irgendwelche Pfade nicht gefunden. Ich kann es euch nicht sagen. Ist aber auch egal, weil letzten Endes macht die Startpad nichts anderes, außer über Umwege auch wieder diese App-Pie dann hier aufrufen. Das bedeutet, wenn das bei euch auch nicht funktionieren sollte, dann geht ihr einfach, ihr seht das hier in euer Git-Bash oder Command oder wie auch immer und ruft dann einfach dort in dem Ordner, wenn ihr euch befindet, in dem Ordner rvc-stuff, xtts-rvc-ui, ruft ihr dann einfach auf Python und dann App-Pie. Dann wird das Ganze gestartet und es öffnet sich eben halt diese schöne kleine Web-Oberfläche hier. Und was wir auch noch machen müssen, ihr seht, jetzt sind hier schon jede Menge Stimmen drinne quasi. Das sind also meine schon vortrainierten Stimmen, die wir also quasi in dem anderen Schritt mit der rvc-web-ui erstellt haben. Und wir müssen diese Stimmen später dann hier... Ne, nicht in diesen Ordner. Der war falsch. Jetzt muss ich wieder selber gucken. Dann müssen wir das in den Ordner rvcs. Genau, da muss das rein, also das muss in den Root-Ordner, in den rvcs. Da müssen unsere geklonten Stimmen rein, diese pth-Dateien, die erzeugt werden, die wir, wenn wir fertig sind quasi, bekommen wir die hier in der rvc-web-ui, die ist jetzt hier auf einem anderen Rechner, aber dort bekommt ihr die, wenn das Ganze fertig ist, in dem Ordner Assets und dann Waits. Und dort werden eure trainierten Stimmen dann landen, wenn sie fertig sind. Also ihr seht, hier ist dieses große Set, was ich dann habe, das habe ich eben rund rüber kopiert. Oder hier sind noch so Stimmen-Sets. Also das sind die trainierten Stimmen, die wir bekommen mit rvc-web-ui. Die kopieren wir uns und fügen die dann einfach in diesem xtts rvc-web-ui hier in den Ordner rvcs eben wieder ein. Und was wir auch noch machen müssen in den Ordner Voices, da habe ich jetzt bei mir einfach quasi eine Datei aus diesem Trainings-Paket reingepackt. Also hier tatsächlich, seht ihr, das ist jetzt einfach nur die Stimmaufnahme von einem meiner letzten YouTube-Videos. Daraus bestehen die ganzen Sachen. Damit ist jetzt also trainiert worden mit der Stimme aus den letzten Videos. Und die brauchen wir dann einmal noch zusätzlich. Damit können wir so ein bisschen die Stimme hier beeinflussen, je nachdem, was wir hier reinpacken. Also zum Beispiel wird sich das anders anhören, wenn ich jetzt diese Stimme nehme. Die habe ich aber schon gelöscht daraus. Und die hier kommt dem Ganzen irgendwie am nächsten. Und das ist halt eben eine Stimme auch aus dem trainierten Set. Das ist dann wirklich schon praktisch. Ja, wie gesagt, wenn wir das gestartet haben, ihr seht bei mir, wenn ich das hier starte, ist das so, dass der, ja, er gibt euch die Meldung gar nicht aus. Und eigentlich sollte der euch eine Meldung ausgeben, dass das auf localhost 5000 gestartet ist. Ihr seht jetzt also hier gar nichts. Also das ist so ein bisschen buggy bei mir noch. Aber ich kann euch sagen, ich habe das auch ein paar Tage lang gedacht, das wird nicht funktionieren. Dann habe ich es dann irgendwann einfach ausprobiert, die Vogel. Weil ich nämlich irgendwann, als ich das abgebrochen habe mit STRG-C festgestellt habe, dass der mir ausgegeben hat, dass das Ganze auf localhost 5000 angeblich gelaufen wäre. Ja, und als ich es dann einmal ausprobiert habe, jawohl, dann lief das ganze Ding da auch schon im Hintergrund. Und ich konnte das eben so benutzen. Ja, und was wir jetzt hier sehen, ich habe jetzt die Möglichkeit, hier eins meiner Modelle auszuwählen. Wir benutzen jetzt das hier, was am weitesten trainiert war, über 40 Epochen. Das 50er habe ich irgendwie nicht. Das ist kaputt gegangen oder so. Ich weiß nicht genau, keine Ahnung. Ja, wir nehmen hier dieses Voice Sample und können jetzt hier einfach dann Text reinsetzen. Und wir drücken mal eben auf Submit. Dann können wir auch mal gucken, wie lange das Ganze so dauert. Und das geht tatsächlich sogar relativ schnell. Und dann hören wir uns das mal eben an. Das ist schon echt krass. Und hinter diesem Wurststand, wie ein König auf seinem Thron, regierte Willi der Wurstverkäufer. Doch Willi war kein gewöhnlicher Wurstverkäufer. Nein, er war ein Meister seines Fachs. Ein Virtuose der Wurst, wie er es gerne in seinem charmant ruppigen Berliner Dialekt ausdrückte. An einem Unschein. Das ist schon echt unglaublich krass, finde ich jetzt ganz persönlich. Und wir können jetzt da nochmal eben hingehen. Und ich nehme jetzt einfach nochmal, ich habe hier gerade neben diesem ganzen Zirkus auch schon mal einfach mir eine kleine Geschichte erstellen lassen. Die heißt Wut und Würste. Das ist eine Kurzgeschichte über Willi, den Wurstverkäufer. Die Geschichte soll im Stil von TC Boyl sein, bissig und pointiert. So, dann nehmen wir jetzt einfach mal den nächsten Step da rein und gehen dann mal wieder auf die Windows Machine und fügen das jetzt hier ein. Und gucken mal, wie er mit dem nächsten Punkt weiterläuft. Und das, wie gesagt, geht echt relativ schnell. Und das hört sich meiner Meinung nach echt extrem gut an. Damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Also brauche ich im Endeffekt bald meine Videos nicht mehr selber besprechen, sondern nur noch Text dazu. Nein, Quatsch, nein. Willi war ein Mann von beachtlicher Statur, sowohl physisch als auch in seiner Persönlichkeit. Sein Bauch schien das Resultat von Jahren intensiver Qualitätskontrolle zu sein. Seine Arme waren stark wie die eines Schmieds und seine Stimme heilte durch die Gassen wie das Brühen eines Generals auf dem Schlaftfeld. Die Leute sagten, seine Wurst... Also ich bin echt unglaublich beeindruckt. Also wir können jetzt hier, wir machen das mal ein bisschen kürzer, damit das Ganze schneller geht. Und da, warte, machen wir mal. Machen wir mal einfach hier einen Punkt hin. Und können jetzt hier mal, wir gehen jetzt mal ein bisschen im Pitch runter. Um zwei, mal gucken, was da passiert. Und können dann hier nochmal schauen, was da mit den Einstellungen so geht. Aber, also ich bin unfassbar beeindruckt. Das war jetzt eine Arbeit von, ja, von einem Tag rumfummeln und ausprobieren. Und das Ganze jetzt hier kurz zusammengefasst in dem Video. Also heißt, wenn ihr das Ganze so nachgeht und da bei euch beim Installieren zumindest von dem XTTS RVC, von dem hier keine Probleme auftreten, dann habt ihr das innerhalb von einer halben Stunde am laufenden Zirkus und braucht dann nochmal ein bisschen zum Trainieren. Und dann, das ist schon echt gut hier, ne? Willi war ein Mann von behaftlicher Statur, sowohl physisch als auch in seiner Persönlichkeit. Sein Bauch schien das Resultat von Jahren intensiver Qualitätskontrolle zu sein. Nicht schlecht. Also mit dem Tiefen ist das auch gar nicht so schlecht. Aber wir machen uns mal wieder zurück und gehen jetzt mal die Index Rate und schieben die mal ganz runter. Mal gucken, was hier jetzt passiert. Oder was heißt ganz runter, aber auf 0,15. Mal gucken, was der da jetzt dann draus macht. Willi war ein Mann von beachtlicher Statur, sowohl physisch als auch in seiner Persönlichkeit. Sein Bauch schien das Resultat von Jahren intensiver Qualitätskontrolle zu sein. Das macht für mich jetzt nicht ganz so viel Unterschied. Übrigens oben ist immer das TTS Result, das ist auch schon nicht schlecht. Willi war ein Mann von beachtlicher Statur, sowohl physisch als auch in seiner Persönlichkeit. Sein Bauch schien das Resultat von Jahren intensiver Qualität. Aber ihr seht, die Probleme, dass halt hier zum Beispiel in dem RVC das so ein bisschen leiert, die kommen schon hierher. Weil das Ding ist, der Text, den ihr hier reinschreibt, der wird erst quasi in so ein Text-to-Speech-Result umgewandelt und wird dann intern quasi nochmal umgewandelt in das RVC-Result. Also ähnlich wie das halt auch bei dem Video davor, was ich euch gezeigt habe, wo Audio zu Audio ersetzt wird. Genau dasselbe passiert hier. Wir machen hier nur eine Audio-zu-Audio-Ersetzung. Das bedeutet, wenn umso schlechter das Ergebnis hier ist, umso schlechter ist natürlich auch das. Und eventuell komme ich da nochmal zu und fummel mich da nochmal ein. Ich denke, es wird auch eine Möglichkeit geben, hier noch bessere TTS-Modelle einzusetzen, die man bei Hugging Face runterladen kann. Und ich muss mich da nochmal zusammen mit meinem Kollegen auseinandersetzen, mit dem ich da halt viel mache. Der hat sich auch da extrem drüber gefreut. Ich würde da jetzt keine Namen nennen, aber trotzdem, den wir beide machen, das jetzt so zusammen den ganzen Scheiß. Und das war schon echt spannend. Und ich denke, man kriegt auch hier noch, also dieses Hubert-Base. Ich denke, hier muss man möglicherweise andere reinpacken oder bei dem X-TTS. Ich weiß es nicht genau, also wir schauen uns das auf jeden Fall nochmal an und ich reiche da gegebenenfalls nochmal ein Video nach. Aber ihr seht, also das ist ja schon echt unfassbar beachtlich. Diese Index-Rate, weiß ich jetzt gerade nicht, was das hier so wirklich ausmacht. Die Atmer sind manchmal ein bisschen krass. Wir nehmen jetzt einfach spaßeshalber eine von den unteren Epochen. Mal gucken, wie das wird. Also jetzt hier nur zehn Epochen. Mal gucken, welchen Unterschied das im Zweifel macht. Ich habe die selber auch noch nicht angehört. Ob es besser, schlechter oder sonst was ist. Oh, okay. Willi war ein Mann von beachtlicher Statur, sowohl physisch als auch in seiner Persönlichkeit. Sein Bauch schien das Resultat von Jahren intensiver Qualitätskontrolle zu sein. Ist auch nicht schlecht dafür, dass es nur zehn Epochen sind. Okay. Nehmen wir mal die 40er. Also so viel hat sich da jetzt ehrlich gesagt gar nicht getan. Mal gucken. Also wie gesagt, ich werde auch noch mal eine 100er machen und mal schauen, was bei 100 Epochen rauskommt. Aber das dauert halt echt ewig. Aber das werde ich euch dann gerne noch mal zeigen und mitteilen. Aber wir sehen jetzt hier schon, okay, hier hat der eine viel längere Pause jetzt drin. Willi war ein Mann von beachtlicher Statur, sowohl physisch als auch in seiner Persönlichkeit. Willi war ein Mann von beachtlicher Statur. Sowohl physisch als auch in seiner Persönlichkeit. Sein Bauch schien das Resultat von Jahren intensiver Qualitätskontrolle zu sein. Zu sein, okay. Ja gut, da kann man aber sicherlich noch ein bisschen mit rumspielen. Und dann, ja, wir nehmen doch mal eben jetzt einmal das 20er. Und testen doch mal durch. Willi war ein Mann von beachtlicher Statur, sowohl physisch als auch in seiner Persönlichkeit. Sein Bauch schien das Resultat. Ja, okay, das 40er scheint schon mit am besten zu sein. Aber wie gesagt, ich lasse euch da gerne auch an weiteren Experimenten teilhaben, wenn da Interesse eurerseits besteht. Also ich werde jetzt hier weiter trainieren. Ich denke, ich werde morgen oder übermorgen dann schon wieder ein paar neue Modelle am Start haben. Und ich habe auch tatsächlich noch mehr Voice Samples und so. Mal gucken, was man da noch draus machen kann. Ja, das ist jetzt das Gute, dass ich halt aus einem unendlichen Pool quasi an YouTube-Videos schöpfen kann. Und halt auch an super viel Gesangsmaterial und so. Also ich habe auf jeden Fall Möglichkeiten, da noch rumzutrainieren. Mal schauen, was da noch möglich ist. Was aber eben das Interessanteste für mich ist. Ich meine, das ist jetzt hier wieder so eine nette Spielerei mit der Runterladerei und all so ein Zirkus. Aber was jetzt das Interessante hierbei ist, dass wir eben jetzt diese XTTS RVC Web UI nicht nur hier über die UI so benutzen können, sondern hier unten, ihr seht das so ein kleines bisschen versteckt, sondern auch nutzen können via API. Das bedeutet, wir können uns jetzt, und das werde ich euch in einem der nächsten Videos zeigen, dann quasi eigene Codes schreiben, sodass wir quasi mit Python oder womit auch immer quasi jetzt hier direkt diese UI ansprechen können und uns also quasi im Endeffekt so einen eigenen Chatbot bauen können. Natürlich, ihr seht, der wird jetzt nicht so super schnell antworten, weil das immer ein bisschen dauert. Aber man kann den jetzt auch natürlich benutzen, um, ja keine Ahnung, irgendwelche anderen Sachen da zu basteln. Und das gucken wir uns dann einfach, ja, wenn ihr wollt, gerne nochmal gemeinsam an. Ich hoffe, ihr konntet das nachvollziehen hier. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Wenn ich euch irgendwie helfen kann bei dem Installieren, tue ich das gerne. Oder wenn ich da unterstützend begleiten kann via Kommentar, wie auch immer. Ansonsten, ihr findet die beiden GitHub-Links zu den Repositories dann auch in der Beschreibung. Viel Spaß beim Nachmachen und lasst mich gerne mal an euren Ergebnissen und an euren Experimenten teilhaben, denn so können wir ja dann auch sicherlich voneinander lernen. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao.